Ohne den Aufruhr und das Chaos und Konflikt, stagnieren wir. Wir sterben innerlich ab. Ja, ja. Du stirbst auch innerlich ab. Nehmen wir noch den Lockpick mit. Die Tür brauchen wir nicht öffnen. Das haben wir hier. Ein bisschen irif. Erwarte keine Zärtlichkeiten von mir. Was bist du? Ein launisches Gör, das nicht... Bitte? Da hinten steht ja, okay. Da kann er auch stehen bleiben. Er hat natürlich nichts dabei. Hey, da bist du ja. Wie oft habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten. Ich bin von meiner Mittagspause gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Geklaut. Aber das Allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen. Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen, aber irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht. Klar, es ist altmodisch. Sogar noch mit Korsett. Der heutigen Mode entspricht es bestimmt nicht. Aber ich bin jemand, der gute handwerkliche Arbeit zu schätzen weiß. Die Ellie hat die hier also beklaut. Das ist ja unglaublich. Also Ellie. Wirklich. Kannst du dich einfach leider klauen. Willst du das wieder anziehen? Du glaubst endlich, die Ellie beklaut hier die Leute. Diese neuen Songs sind etwas ganz Persönliches. Wie liebes Besser. Wo ist er denn dahinten? Kommen Sie direkt aus meinem Herzen. Sie sind für alle Fans, die mir treu geblieben sind. Kabel halten. So. Was meintest du vorhin, als du sagtest, du warst in Paris? Es war nicht wirklich Paris. Es war mehr... Es war mehr die Welt, wie ich sie sehen will. Und ich war wohl nicht wirklich glücklich dort. Wir wären alle besser dran, Gede Witz. Wenn wir uns nicht immer einmischen müssten. Tja. Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass es mehr so ein Paris ist, wie sie sich das vorstellt und nicht, wie es wirklich ist. Andererseits ist es schrecklich. Wir haben meine Brille verlegt. Es war der böse Brillenverleger. Ja. Die ist weg. Da holen wir uns jetzt eben noch den Pfeil wieder. Und dann gehen wir mal... mit dem... Fahrstuhl nach oben. So. Der Fahrstuhl. Wo ist der Fahrstuhl? Nach oben. Einmal Tür öffnen. Okay. Hoffen wir, dass wir hier weiterkommen. Fontains. Ja. So. Werden wir das hier einmal öffnen. Der blaue. Der blaue stift auf das Schloss und du hältst einen Krachmacher. Krachmacher. Da sind ja alle blau. Achso. Ein anderer Pfeil. Du hast einen Krachmacher erhalten. Rüste ihn aus. Schieße ihn auf die Fenster rechts, um die Spleister von dir abzulenken. Zu geben und nichts dafür, ihr braucht nicht zu glauben. Betaugt. Ach. Glaub ja nicht, dass du dich verschenken kannst. Ich kenne jeden Winkel. Alles klar. Ist ja schön. Dass du jeden Winkel kennst. Aber du kennst mich nicht. Hier könnt ihr euer Potential voll ausschöpfen. Oh, vielleicht bin ich zu langsam gewesen. Hätte ich einfach durchlaufen sollen, war. Was macht sie denn da? So. Die ist weg. Du kriegst einen Pfeil in den Hals. Habt ihr darum gebeten, in diese Welt zu kommen? Wenn eure Eltern etwas von euch wollen, sollen sie euch das schrecklich geben? Was war das? Klappe halten. Klappe halten. Wo ist denn hier? Da ist noch ein bisschen Gold. Die nehmen wir auch mit. Schon haben sie unsere Pfeile auch wieder. Sehr gut. Hm, gesüftet rein. Rapture, Rapture, Rapture. Na gut. Dann sind wir diesmal los. Hier kapseln nichts weiter. Dann gehen wir mal weiter. Push the button. Oh. Wie elegant. Früher konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick. Und jetzt? Bist du wie alle anderen. Warum? Weil ich hier gestorben bin? Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Nur mal so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist. Hätte ich mir das mit unserer Abmacht nochmal überlegt. Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu. Ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. Ach, Atlas, halt die Klappe. I know. Was ist das? Ist das Bucke? Was haben wir denn hier schönes? Fontaine's Little Sisters. Was? Hallo. Was machst du hier? Nimm Beherrschung. Ja. Ich habe wieder Beherrschung. Das ist eine meiner Lieblingsskills. Haben wir hier noch? Nix weiter. Ich klinge mir noch ein Big Daddy. Big, Big, Big Daddy. Na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Das ist er. Der Big Daddy. Der, der mich getötet hat. Mit dem kannst du es nicht aufnehmen. Comstock hatte ihn schon am Boden und er stand einfach wieder auf. Ich kann ihm nichts anhaben. Ich könnte ihm aus dem Weg gehen, aber er könnte hilfreich sein. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Willkommen im Zirkus der Wert. Wollen wir mal sehen, ob wir hier nicht Lockpick. Ich glaube, wir nehmen wir mal den. Oh cool, wir haben drei Stück. Ach komm. Alles klar, ich habe Geld, Kumpel. Wo ist denn jetzt der Big Daddy hin? Schleichen wir mal hier hoch. Also Beherrschung müsste er ja eigentlich dann... Also Beherrschung müsste er ja eigentlich dann... Oh, du hältst erst mal die Klappe. Was? Welcher Typ? Wovon redest du? Wovon redet der? Nehmen wir das jetzt mal hier mit. Was haben wir denn hier? Ich weiß, was du hier willst. Einen Knüller wie dich lasse ich mir nicht einfach entgehen. Knüller? Wovon so ein Teufel redet der? Wir gehen jetzt erst mal hier rein. Komme her, Schätzchen. Ich habe ein Traum, ein Gebot für dich. Ich auch für dich. Komm, folge mir. Folge mir. Und ich zeige dir, was ich drauf habe. Und dann zeige ich dir, dass ich kein Schätzchen bin. Arschloch. Was? Er hat das gesagt. Hört ihr auch Stimmen? Ich höre Stimmen. Sie kommentieren dieses Video. Warum tut sie das? Hilfe. Naja, gut. Wollen wir mal weiter. Immer weiter, weiter. Profil speichern. Ah. Gwender, Gwender, Gwender. Ich weiß, dass ich es weiß. Wo? Okay. Glasplatte aufpassen. Ist das ein Penner? Hä? Ho, ho, ho. Sagt sie. Also mit Beherrschung werden wir uns auf jeden Fall den Big Daddy mitnehmen können. Denke ich zumindest. Okay. Die sind alle tot. Weiß ich nicht. Können wir uns dranhangeln? Können wir hier? Hopp, hopp. Hopp, hopp, Cola. Der ist ruhig. Schauen wir mal, ob noch irgendwo einer ist. Da ist noch einer. Nehmen wir den auch direkt mit. Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein groben Grabgerät, heißt das. Na gut. Zwei haben wir weg. Bleiben noch. Da oben haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Zwei Stück, also noch. Dann... Nehmen wir sie noch weg. Dann ist sie auch weg. Dann hätten wir eigentlich alle, die wir haben sollen. Oh, oh. Da war ja noch einer. Wo kommt der denn hier? Da ist auch noch einer. Ja, kommt schon. Vor dir. Ja, okay. Mag dich aber nicht, du bist hässlich. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Da oben stehen noch welche. Okay. Da ist auch eine Menge los. Na gut. Dann gehen wir erst mal hinter die Bar, würde ich sagen. Ah! Alter! Dann müssen wir da eben schnell darüber uns den Pfeil wiederholen. Ich hoffe nicht, dass da einer hinkommt. Ah! Kein Krach machen. Wo ist denn hier? Wir haben hier doch einen weggeschossen. Wir können doch nicht einfach... ...verschwinden. Und meine Pfeile mitnehmen. Umherum geht das hier nicht auf. So. Schleichen wir mal... ...hier dran vorbei. Sehr gut. Das hat funktioniert. Wir müssen nur... ...still bleiben. Ich finde das doof, dass die Pfeile mit verschwinden. Was soll denn das? Das ist doch uncool. Eine Banane. Super. Bananen. Ich hätte gerne lieber meine Pfeile wieder. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Na ja gut. Vielleicht kommen wir hier rein. Das war einer drinne, aber... ...da kommen wir nicht lang. Ja gut, den müssen wir doch hier lang schleichen. Dann gehen wir mal hier durch. Vielleicht können wir ja hinter der Theke irgendwas aufmachen. Lockpick. Den werden wir gleich mal benutzen. Das ist natürlich doof, dass wir hier... ...die Pfeile... ...so. Dann... ...sehen wir mal... ...weiter. Okidoki. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Am besten mit Beherrschung. Das Volk von Mauden. Männer, die dem Konflikt zuhören... ...dass wir uns transformieren. Der hat also nicht lange gehalten. Warum ist der denn nicht... ...lass mich doch nicht hier so stehen mit meinem Herzen... ...warum hat der denn nicht... ...das Ding hier kaputt gemacht. Das finde ich ein bisschen doof gerade. Na ja gut. Wovor läufst du weg? Ich weiß es nicht. Noch die Puppe mit. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Eve. Gut, das brauchen wir gerade nicht. Achso, hier kommen wir auch. Hier rein. Oh, da hätten wir direkt bei denen gestanden. Es ist gut, dass wir hier nicht durchgegangen sind. Ähm, müssen wir mal kurz gucken, wo noch was ist. Das ist Ding. Ok, dann müssen wir das... ...nochmal... ...und dann müssen wir hier noch die Sachen mit. Gaspfeile sind mit einem Annäherungssensor ausgestattet... ...und können so gegen eine Nähe bewusstes machen. Oh, das ist ja auch cool. Gut, was haben wir hier? Nein. So, brauchen wir noch eben die anderen Pfeile wieder. Die können wir denn vorher verschießen, wenn wir denn wissen, wo es lang geht. Aber hier ist nichts. Oh, Flink wie ein Baby, sagt er. Aber hier ist er noch irgendwo. Nein. Einer. Da hinten läuft einer. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo die auch immer herkommen. Es ist ein pfeiliges Leben. Oh, das ist das Problem. Und dann gehen Sie, wo das geht. Vielen Dank.